Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute schauen wir uns Multiverse X bzw. A-Round etwas genauer an. Dort traden wir nämlich momentan bei 46 US-Dollar. Setzt sich diese Reise fort? Wo können wir weiter einsteigen? Wo waren bisher unsere Einstiegspunkte? All das werden wir uns heute im heutigen Update Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Natürlich auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr gleich eine Benachrichtigung klickt. Und ansonsten auch in die kostenlose Telegram Talk und Signale Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte angepinnt. Und ihr könnt natürlich weiterhin eure Altcoin Wünsche reinschreiben. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, unten einfach in die Kommentare mit eurem Lieblings-Altcoin. Dann werden wir den nach und nach abarbeiten. So, und jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan traden wir hier bei 46 US-Dollar. Und es gab hier Anfang November einen exklusiven Pump nach oben hin. Und der hat damit zu tun, es gab eine Partnerschaft hier mit Google. Also mit Google Cloud, nicht direkt mit Google. Es ist Google Cloud, das ist genauso, warum immer alle ein Aufschreiben machen. Mit Amazon Web Service etc. pp. Aber trotzdem hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es hier erstmal einen schönen Pump nach oben hin gab. Und ich glaube auch eine Partnerschaft mit Telekom, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche. Aber ist egal. Auf jeden Fall sehr, sehr impulsiver Move. Unsere zwei Einstiegszonen waren bisher einmal diese fette grüne Zone hier oben bei 48 bis 46 US-Dollar. Und dann einmal hier unten bei 30 bis knapp 27 US-Dollar. Also das heißt, wir haben hier einen guten Schnitt momentan. Also sind momentan leicht im Plus. Man muss hier aber auch sagen, es ist einer unserer schlechtesten Altcoins momentan im Portfolio. Wer zumindest hier diese Kaufzone gemacht hat. Leider diese dritte hier oben oder hier unten bei knapp 22 US-Dollar wurde nicht abgeholt. Ist aber immer noch im Bereich des Möglichen. Noch befinden wir uns in einem Bärenmarkt. Und technisch gesehen müssen wir auch dazu sagen, wenn wir hier mal auf Daily-Sicht ein bisschen ranzoomen. Ein höheres Hoch ist uns hier auch noch verwehrt geblieben. Das heißt, dieser Wick hier oben, der zählt überhaupt nichts. Da ist einfach nur Liquidität abgegriffen. Vor allem, weil das auch wieder so eine kleine News-Candle war. Also hier müssen wir weiterhin vorsichtig sein. Wo könnte uns die Korrektur hinführen? Dafür ziehen wir uns jetzt mal das FIP-Level von unserem Tief zu unserem Hoch. Und da sehen wir, okay, wir sind hier schon mal einmal ans 0,5 herangekommen bei 38 US-Dollar. Ein Dump in die Region um 34 US-Dollar bis knapp 33 US-Dollar ist aber auch nochmal im Bereich des Möglichen. Warum? Wenn wir hier einfach mal so diese Trendlinie hier ein bisschen verweit oder verlängern von unserem Golden Pocket, sehen wir Support, Support, Widerstand, Support und dann jetzt einfach hier impulsiv durch diesen Widerstand nach oben hindurchbrochen. Also hier dieser ehemalige Widerstandsbereich sollte noch einmal getestet werden. Wäre auch hier nochmal eine kleine Akkumulationszone für alle, die hier unten die Zone verpasst haben. Wer aber davon ausgeht natürlich, wir gehen hier nochmal safe runter in diesen Bereich, sollte natürlich warten. Das sind weiterhin die Kaufzonen. Nur wer jetzt möglicherweise diesen Zug nicht verpassen will, der dann kommen könnte, sollte die gesamtwirtschaftliche Lage deutlich verbessern. Und auch der Kryptomarkt weiter nach oben ballern, genauso wie Bitcoin, endlich dann über die Marke von 40.000 US-Dollar jumpt. Und dann ist das möglicherweise erst einmal die letzte Chance, weil dann könnte Elrond oder Multiverse X, je nachdem wie ihr es nennen möchtet, deutlich, deutlich nach oben hin brettern. Wir befinden uns weiterhin aber hier in dieser größeren Seitwärts-Akkumulationsphase. Also es ist immer noch eine gute Phase. Wir haben nicht so wie bei Chainlink, wer sich noch an den Chart erinnert, jetzt ein endgültiges Breakout nach oben hingesehen. Es ist immer noch diese Seitwärtsphase. Nachdem wir hier ewig lange, und es hat angefangen im November 2022, also ein Jahr, befinden wir uns jetzt nun in dieser Abwärtsbewegung, beziehungsweise in dieser Range, in der wir uns bisher immer noch nicht befreien konnten, ein höheres Hoch, würde ich sagen, brauchen wir mindestens hier oben, wo eben dieser Wick liegt bei 53,30, mindestens mal ein Daily Close da drüber. Also auch da sind wir noch ein bisschen entfernt. Ein Rücksensor ins Golden Pocket auf Daily Sicht wäre hier wirklich sinnvoll. Jetzt interessiert natürlich immer viele, wo können wir hinkommen, wenn ein Bullrun wäre. Und das schauen wir uns natürlich auch an. Ihr wisst, ich mache das immer ziemlich einfach, weil das einfach die strukturiertesten Level einfach so mal sind. Und zwar ziehen wir unser FIP-Level von unserem All-Time-High. Da muss man auch dazu sagen, das All-Time-High lag hier bei 553 Dollar. Also es sind schon von hier aus 11, knapp sogar 12x, die man machen könnte, wenn man hier einsteigt oder sich einen guten DCA gemacht hat. Und ihr wisst, ich bin immer so Fan, wo könnte ein Kurs hingehen. In den meisten Fällen läuft der Kurs entweder sein altes All-Time-High an, zumindest mal das Golden Pocket. Und als Maximum sehe ich dann immer mal so das 1618, wo ich dann auch wirklich den größten Teil raustun sollte. 3618, 2618 sind so Level, die läuft Bitcoin gerne an. Bei Altcoins wäre ich immer ein bisschen vorsichtiger. Das heißt, wir gehen hier, vor allem aufgrund dieser massiven Underperformance in den letzten Wochen und Monaten im gesamten Bärenmarkt, gehe ich erst einmal davon aus, unser Golden Pocket, was hier bei 338 Dollar liegt derzeit, das ist unser Ankerpunkt. Dort sollten wir mindestens hinkommen und das wäre schon mal ein 6x. Das ist schon mal absolut in Ordnung. Wir sehen hier oben auch eine Ineffizienz, die könnte sich dann noch geholt werden, so bis zum 0,786er. Also ich sage mal zwischen 600 und 700 Prozent in einem Bullrun sollten hier drin sein. Bei Elrond würde auch, wenn jetzt hier mal unser Falling Wedge Chart Pattern seht, was immer noch einigermaßen valide ist, wäre das auch hier unser technisches Preisziel. Also das All-Time-High bis zum Golden Pocket, das sind unsere Preisziele für den möglichen Bullrun. Sollte wirklich hier deutlich mehr Anwendung kommen, sollte hier deutlich mehr Bullishness in diesen Markt kommen, sind dann maximal, wirklich für mich, maximal Kurse hier drin bis 850 Dollar. Das wären 1.750 Prozent. Aber Leute, nehmt auf dem Weg immer mal Profite. Wir haben es gesehen, Elrond ist hier nicht dieser Über-Hype-Coin. Wir hatten unsere Phase bei Elrond, alles schön und gut, aber in den letzten Wochen und Monaten kam hier einfach doch ein bisschen zu wenig. Außer jetzt diese Partnerschaft, wir befinden uns immer noch in einem Abwärtstrend, beziehungsweise Seitwärtsphase. Wir haben noch kein richtiges Breakout. Also setzt das jetzt hier nicht auf die Goldwaage, dass wir hier 1700 Prozent machen oder 6x machen. Wichtig ist erst einmal 100 Prozent zu machen, Kapital raus und dann kann das Ding to the moon gehen, wo auch immer es hin sollte. Also ganz, ganz wichtig, versteift euch nicht auf solchen Prognosen. Das sind Möglichkeiten, die in einem Bullrun bestehen, aber nicht unbedingt ein Muss, was kommen müsste. So, gehen wir nochmal ganz kurz in die kleineren Timeframes, 4-Stunden-Timeframe. Auch hier sehen wir vor allem dieser Preisbereich 34, 36. Ihr kennt es gerade vom Daily-Timeframe. Ineffizienz, Golden Pocket sehen wir auch hier. Ineffizienz und genau hier kam das Volumen rein und wir haben es heute früh in der Ethereum-Analyse gesehen. Der Kurs kommt früher oder später an diese Zone zurück und genau das wäre es jetzt, wenn wir hier noch einen Doppeltop reinkriegen, wäre es top, dann hier runter, Support hier unten bilden und dann die Reise nach oben mit einem impulsiven Breakout nach oben hin fortsetzen. Also kleine Analyse, gibt sich auf den größeren Timeframe gar nichts. Klein und groß, komplett gleich. Das ist die Zone, auf die es ankommt. Diese Ineffizienz hätte ich gerne gefüllt, beziehungsweise diesen ineffizienten Pump aufgrund der News. Dann können wir einen nachhaltigen Move nach oben erwarten. Jetzt steht es an euch. Habt ihr Aeron schon im Portfolio? Habt ihr es nicht? Warum nicht? Welche sind eure Preisziele? Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Und dann war es das von mir. Wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay good.